Hallo, ich bin Li und heute lesen wir ein Märchen von Hilda Bergmann. Möchtest du keines der Hörbücher auf meinen beiden Kanälen mehr verpassen? Dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video und hol dir zwei gratis Abos. Prinz Fresse Selva und Prinzessin Isidusi Vor Zeiten lebte ein König und eine Königin, die hatten einen einzigen Sohn, der Fresse Selva hieß. Der war groß und dick und gefräß sich über die Maßen und tat den ganzen Leben langen Tag nichts anderes als Essen und Trinken. Wenn er mit einer Mahlzeit fertig war, fing er gleich wieder mit der nächsten an. Aß aber gerade nicht, dann dachte er wenigstens ans Essen und wollte von keiner Arbeit hören. Hatte er schon zum Frühstück gebratene Hühner und gefüllte Täubchen mitsamt einem Berg von Butterbroten verzehrt? So ließ er sich den Koch kommen und fragte ihn, was es zum Gabelfrühstück Gutes gäbe. Und war er mit diesem fertig, so schrie er nach dem Mittagessen, als hätte er acht Tage gefastet. Und er verschlang so viel wie sieben Scheunendrescher zusammen. So ging es Tag aus und Tag ein, von früh bis in die Nacht, und dann schnarchte Prinz Fresse Selva, dass die Decke zitterte und das ganze Schloss dröhnte. Kein Wunder, dass er von diesem Leben so dick und unförmig wurde, dass er durch keine Türe mehr ging und alle Eingänge vergrößert werden mussten, um den Fresssack durchzulassen. Schließlich musste sogar ein großes Tor in die Schlossmauer gebrochen werden, damit Prinz Fresse Selva ungehindert aus- und eingehen könne. Der König war über den ungeratenen Sohn sehr unglücklich und wusste nicht, was mit ihm beginnt. Denn wie sollte etwas Gescheites aus einem Menschen werden, der nicht lernen und nicht arbeiten und nur ununterbrochen essen wollte? Die Königin aber, deren Liebling der Prinz von klein auf war, sagte, »Das arme Kind wird noch so viel arbeiten müssen, wenn es einmal König ist, dass man es jetzt ordentlich essen lassen sollte.« »Wenn das sofort geht, wird der Prinz eines Tages platzen, und dann ist alles zu Ende«, sagte der Leibarzt kopfschüttelnd. »Man muss ihn zerstreuen, man muss ihn auf andere Gedanken bringen, sonst isst und trinkt er sich noch zu Tode.« Aber das war leichter gesagt als getan. Brachte man dem Prinzen nicht genug zu essen, so holte er sich aus der Küche, was ihm schmeckte. Und war der König streng, so gab ihm die Königin heimlich, was er wollte. Als der Prinz eines Abends wieder ein ganzes Spanferkel vom Spieß genommen und aufgegessen hatte, ließ der König seine Räte zu sich kommen und trug ihnen die Sache vor. »Ihr würdet meinen Kummer verstehen«, sagte er, »wie kann ein Mensch König werden, der nichts kann, weiß und versteht, als zu essen?« Die Räte nickten mit ernsten Gesichtern und dachten lange angestrengt nach. »Endlich«, sagte der eine, »großmächtiger König, wie wäre es, wenn wir den Prinzen eine Weltreise machen ließen? Bedenkt die vielen Eindrücke, die man auf Reisen hat, die schönen Gegenden, die man sieht, die Abenteuer, die man erlebt.« »Gut gesprochen«, sagte der König, »morgen muss Prinz Fresse Selva eine Reise um die Erde antreten.« Und so geschah es auch. Man suchte zuvor noch im ganzen Lande ein Ross, das stark genug wäre, den Prinzen in die weite Welt zu tragen, und fand endlich einen Ackerschimmel, der imstande war, die ungeheure Last zu schleppen. Den schritte und zäumte man mit königlichem Prunke, setzte den Prinzen darauf, gab ihm ein Gefolge von edlen Rittern mit und schickte ihn also auf Reisen, damit er von seiner Fresssucht endlich geheilt würde. »Jetzt wird er es sich abgewöhnen, den ganzen Tag zu essen«, sagte der König grimmig und sah dem Davonreisenden nach. »Jetzt wird er seine Augen aufmachen und etwas lernen und als ein anderer Mensch zurückkommen.« Die Königin aber schluchzte in ihr Taschentüchlein, »Wenn er nur nicht Hunger leidet, wer weiß, wie in der weiten Welt draußen gekocht wird.« Die Jahre vergingen, und eines Tages kehrte die kleine Karawane des Prinzen von der Reise um die Welt zurück. Aber wenn der König gehofft hatte, der Prinz werde als ein anderer zurückkehren, so war er im Irrtum. Ebenso unförmig, ebenso dick und gefräßig, kehrte Fresses selber von seiner Reise in die weite Welt zurück. Beinahe ertrug das schwere Ross seinen Herrn nicht mehr. Kaum hatte sich der Prinz mühsam aus dem Sattel gehoben, so ging er auch schon in die Küche und rief, »Koch, meine Leibgerichte her, und dass du mir nicht so wenig schickst, denn ich habe von meiner Reise großen Hunger mitgebracht.« »Was hast du denn in der weiten Welt gesehen?«, fragte der König, als man beim Male saß. Aber der Prinz wusste nichts von Gebirgen und Meeren zu sagen und hatte kaum die Namen der Städte behalten, durch die er gekommen war. Dafür wusste er von Süd und Nord, von Ost und West, die Leibgerichte der fremden Völkerschaften herzuzählen, hatte sich die Bereitungsart der Speisen und die Namen der Getränke gemerkt und berichtete, was er an diesem oder jenem Orte verzehrt und wie es ihm geschmeckt hatte. Als der König dies vernahm, wurde er rot verärger. Abermals rief er seine Räte zusammen und sagte, »Hier seht, der Prinz ist ebenso dick, dumm und gefräßig von der Reise zurückgekommen, wie er auszog. Er will nichts arbeiten, er will keine Bewegung machen, er will nur essen. Hat man jemals schon einen so ungeratenen Prinzen gesehen?« Wieder schüttelten die Räte die Köpfe und dachten lange und angestrengt nach. Endlich meldete sich der Kanzler des Königs zum Wort. »Der Prinz soll heiraten«, sagte er mit seiner hohen Fistelstimme. »Eine lustige kleine Frau wird einen anderen Menschen aus ihm machen.« Wieder nickte der König mit dem Kopf. »Das ist alles gut und schön«, sagte er. »Aber wen soll er heiraten? Die benachbarten Prinzessinnen lachen ihn ja alle aus. Wer wird denn den Vielfraß heiraten wollen?« »Auch daran habe ich gedacht«, sagte der Kanzler. »An der Grenze unseres Königreiches ist ein tiefer, finsterer Wald. Sieben Tage und sieben Nächte braucht man, um ihn zu durchreiten. Aber jenseits des großen Waldes ist eine heitere Landschaft und dort steht das Blumenschloss der Prinzessin Essi-Dosi. Das ist die reizendste und zierlichste kleine Prinzessin, die es weit und breit gibt. Sie hat eine allerliebste Stimme, sie spielt die Hafe, dass es ein Vergnügen ist, und sie kann tanzen, das einem Hören und Sehen vergehen. »Ich bin sicher, wenn irgendjemand zugewöhnt, sieh unserem Prinzen das viele Essen ab und macht einen vernünftigen Menschen aus ihm.« Die Räte murmelten Zustimmung, und auch der König war mit dem Vorschlager einverstanden. Man schickte um den Prinzen und teilte ihm mit, dass sie durch den tiefen, finsteren Wald reiten und um die Hand der reizenden Prinzessin Essi-Dosi jenseits des Waldes anhalten müsse. Als der Prinz von der Schönheit der Prinzessin hörte, war er ganz einverstanden und ließ seinen Schimmel satteln, um gleich loszureiten. Nur die Königin war außer sich und rief, »Sieben Tage und sieben Nächte soll er durch den finsteren, tiefen Wald reiten? Da wird er ja schwach und mager werden. Am Ende wird er sich verirren und in dem schrecklichen Walde umkommen.« Aber Prinz Fresse selber lachte, sodass alles dröhnte. »Das lass nur meine Sorge sein, liebe Mutter«, sagte ihr. »Ich nehme mir schon so viel Essvorrat mit, dass mir nichts geschehen kann.« Er bepackte seinen Schimmel vorn und hinten mit den leckersten Dingen, die in der Vorratskammer des Schlosses finden konnte. Da sah man einen ganzen Schinken vom Sattel hängen, Würste, Speckseiten und Weißbrote fehlten auch nicht, und der arme Schimmel war so beladen, dass der Prinz ihn gar nicht besteigen konnte, sondern zu Fuß neben ihm ein Herschritt in den tiefen, finsteren Wald. Am ersten Tage ging alles gut. Der Weg war schön gebahnt, die Sonne schien hell und warm, und der Prinz ging vergnügt unter den großen Tannen und Fichten dahin, die mit ihren grauen Flechtenbärten aussahen wie die alten, ehrwürdigen Räte seines Vaters. Es zeigte sich, dass der Wald in der Nähe gar nicht so unheimlich war, als man draußen glaubte. Der Boden war mit Moos bedeckt, in der Erde steckten die drolligsten roten, gelben und weißen Pilze, die Sonnenstrahlen malten lustige Ringe und tanzende Kreise ins Dunkel. Und die Vögel schmetterten und jubilierten, dass es ein Vergnügen war, ihm zuzuhören. Aus hundert Blumenkelchen leuchtete der Sommer. Prinz Frisses Selva hatte keine Augen für die Schönheit des Waldes. Was nicht zu essen war, interessierte ihn nicht, mochte es noch so lieblich aussehen oder klingen. Wenn er jetzt vor sich hinschmunzelte und die Augen aufmerksam durch die grüne Wildnis schweifen ließ, so geschah dies nicht aus Liebe zum Walde und seinen Bewohnern, sondern weil Prinz Frisses Selva in der Magengegend ein gelindes Prickeln spürte und sich dachte, »Jetzt suche ich mir ein recht schönes Plätzchen, um meine Vorräte auszupacken und ein Mahl einzunehmen.« Der Platz war bald gefunden. Am Rande einer Lichtung breitete eine riesige Eiche ihre Äste über kurzes Gras und ein Bächlein lief eilfertig vorüber. Prinz Frisses Selva packte seine Vorräte aus, ließ den braven Schimmel auf der Lichtung grasen und labte sich nach Herzenslust an kaltem Braten und an dem Wein, den er im Bächlein sorgfältig kühlte. Dann drehte er sich auf die Seite und bald scholl sein Schnarchen wie das Geräusch einer ungeheuren Säge durch den Mittagswald. Der Prinz schlief bis zur nächsten Mahlzeit und dann wieder bis zum kommenden Morgen. Endlich bestieg er den erleichterten Schimmel und setzte seine Reise fort. Auf diese Weise verbrachte Frisses Selva den nächsten und übernächsten Tag mit Reiten, Essen, Trinken und Schlafen und kam so immer tiefer in den dichten Wald hinein. Am vierten Morgen aber merkte er mit Unbehagen, dass die Vorräte auf dem Rücken seines Schimmels zusammengeschmolzen waren und am fünften Tag besaß er nur noch eine Schweinskeule und ein Weckenbrot. Der Wald wurde immer düsterer und undurchdringlicher. Felsen legten sich breit in den Weg, Brombeersträucher hakten sich mit ihren Dornen in die Kleider und das Unterholz wurde so unwegsam, dass Ross und Reiter alle Augenblicke stecken blieben. Die gute Laune des Prinzen schwand und nur der Gedanke an die Prinzessin Isidusi ließ ihn in der Wildnis ausharren. Sein Magen knurrte in allen Tonarten und Frisses Selva dachte wehmütig an die königliche Küche und die guten Sachen, die darin geschmort und gebacken wurden. Fast kam ihm das Wein darüber an, dass er so hungrig im Walde umherirren musste. Zum Glück waren alle Holzschläge und Lichtungen mit Erdbeeren und Himbeeren bedeckt und Frisses Selva stieg vom Pferde und sättigte sich in mühsamem Bücken mit den Früchten. So verging der fünfte und der sechste Tag und am Morgen des siebenten sagte Prinz Frisses Selva, »Nun ist es aber höchste Zeit, dass ich das Blumenschloss der Prinzessin Isidusi erblicke. Länger halte ich das Fasten nimmer aus.« Wirklich lichtete sich endlich der Wald. Die Tannen und Fichten traten beiseite und man sah auf eine schöne Au hinaus, in deren Mitte das berühmte Blumenschloss »Der Prinzessin stand.« Jetzt verstand der Prinz auch, worum es diesen Namen führte. Seine Wände bestanden aus Rosenhecken, sein Dach war aus roten Rosenblättern gefügt, seine Welle und Zinne waren hohe Lilienstänge und die Zufahrt schützten zwei rein kriegerischer Schwertlilien, die ihre scharfen Lanzen allen Eindringlingen entgegenhielten. Vor dem Schlosse standen als Ehrenwache der Rittersporn in seiner blauen Uniform und der Eisenhut mit seiner Sturmhaube und sie hüteten den Zutritt zu der schönen Prinzessin. Als Fresse Selva das Schloss erreicht hatte, war's Abend geworden und alle Blumen hatten ihre Kelche festgeschlossen. »Äh, Ola, aufgemacht!« rief Resses Selva mit lauter Stimme und stieg von seinem Gaule. Aber niemand antwortete, alles schlief, nur die Schwertlilien hielten dem Prinzen ihre Waffen entgegen und der Rittersporn sprang hervor und sprach, »Mit Schwert und mit Sporn, mit Sturmhut und Dorn, so schützen wir Ritter das Schloss und das Gitter. Drum ziehe vorbei, wie immer es sei.« Tja, da blieb Fresse Selva nichts übrig, als mit klapperndem Magen im Freien zu bleiben, sein Ross an einen Baum umzubinden und sich auf das Gras zum Schlaf hinzulegen. Am nächsten Morgen sagte Prinzessin Isidusi zu ihrer Kammerfrau, »Wie schlecht ich heute Nacht geschlafen habe! Es muss ein entsetzlicher Sturm draußen gewesen sein, denn es dröhnte und krachte, als sollte die Welt untergehen.« Dabei regte sich doch kein Blättlein an den Rosenhecken und im Garten. »Hat mir vielleicht alles nur geträumt?« »Ich hatte auch einen bösen Traum,« entgegnete die Kammerfrau, während sie der Prinzessin die langen Haare kämmte und sie die goldenen Schülern anzog. »Mir träumte, ein ungeschlachter Riese käme vor unser Schloss, der war so groß und schwer, dass unter ihm die Erde zitterte und der Boden bebte. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat.« In diesem Augenblicke kam der wache haltende Rittersporn herein, verneigte sich und sprach, »Erlauchte Isidusi, ein fremder Prinz ist angekommen, der ist groß wie ein Berg und hat die ganze Nacht vor unserem Schlosse so laut geschneicht, dass alle Fensterscheiben gesprungen sind.« »Was will der fremde Prinz bei uns?« fragte Prinzessin Isidusi neugierig. »Er sagt, der Ruf deiner Schönheit sei bis in sein Königreich gedrungen und er könne nicht mehr essen und nicht mehr schlafen, bevor er dich gesehen habe.« »Tja, so führe ihn herein,« sagte die Prinzessin. »Ich bin gespannt, diesen Riesen von einem Menschen zu sehen.« Da gaben die Schwertlilien den Weg frei und steckten ihre Lanzen ein. Die Rosenhecken zogen ihre Dornen zurück und der Rittersporn führte den Prinzen in das Blumenschloss, der Prinzessin Isidusi. Weil hier aber alles für kleine und zierliche Leute bestimmt war, blieb der dicke Prinz überall hängen und stecken, trat ein paar Schwertlilien nieder, riss große Löcher in die Rosenwände, sodass hinter ihm ein unwilliges Gemurmel einherlief, bis er endlich vor der Prinzessin anlangte und sie mit einer tiefen Verbeugung begrüßte. Jetzt sah Prinz Fressis selber, der sich bisher um nichts als ums Essen gekümmert hatte, das in seinem ganzen Leben noch nicht so Liebliches erblickt hatte, als es Isidusi war. Sie hatte freundliche, blaue Augen, sie hatte langes, blondes Haar und ihre Stimme läutete wie ein feines, silbernes Glöckchen. Jetzt klatschte sie in die Hände und sagte, »Oh, ein Menschenberg, wirklich ein Menschenberg, noch nie habe ich so etwas gesehen.« Und zum ersten Male schämte sich der Prinz seines unförmigen Aussehens und um alles in der Welt hätte er der kleinen Prinzessin gefallen mögen. Er tat seinen Kniefall vor ihr, bei dem das Schloss in seinen Grundmauern erzitterte, so dass die Prinzessin ihn bat, nur schleunigst wieder aufzustehen. Dann fragte sie Fressis selber nach seiner Heimat, seinem Königreiche, seinen Eltern und dem Zwecke seiner Reise. Worauf der Prinz erzählte, weshalb er gekommen sei. »Da du eine so weite Reise gemacht hast, lieber Prinz, ist es nur billig, wenn wir dich nach Kräften ehren. Wenn es dir recht ist, wollen wir auf die Wiese vor das Schloss gehen und ein Ball- und Reifenspiel veranstalten, wie du es gewiss kennst und geübt hast.« Dem Prinzen wurde es bei diesen Worten Angst und Bange, denn er war viel zu faul gewesen, um seine Glieder jemals im Ballspiel zu bewegen. Die Prinzessin klatschte in die Hände. Da traten ihre Gespielinnen herein, brachten goldene Bälle und silberne Reifen und alle liefen fröhlich auf die Wiese. Nur Prinz Fressis selber stand hilflos und ungeschickt inmitten in der Schar zierlicher Mädchen, die einander die Bälle zuwarfen und die Reifen zuschleuderten. Jetzt bedauerte er von Herzen, dass er niemals sein Ballgerät in die Hand genommen hatte. Aber es war zu spät. Die Mädchen kecherten und lachten, als sie den dicken Prinzen sich vergeblich bemühen sahen. Er war teppisch wie ein Bär und wenn er einen Ball im Fluge fangen wollte, fiel er hin und konnte sich kaum erheben. Die Prinzessin runzelte die Stirn und sagte, wenn es dir lieber ist, edler Prinz, so wollen wir uns in den Musiksaal begeben und fröhliche Lieder singen. Sie gingen in eine weite Halle, deren Bogenfenster geöffnet waren und den Blick auf die Landschaft freiließen. An den Wänden hingen Instrumente aller Art, Lauten und Harfen, Flöten und Geigen. Eines der Mädchen reichte es die Dose, eine silberne Harfe. Und die Prinzessin begann zu spielen und ein Lied dazu zu singen, so schön, dass die Vöglein vor den Fenstern aufhörten zu zwitschern, der Wind nicht mehr wehte, die Baumblätter nicht mehr rauschten und alles den Atem anhielt. Die Rosen vor den Fenstern aber hatten Tränen von Tau in den Augen. Auch Fräseselva gefiel das Spiel und der Gesang. Aber seine Gedanken verirrten sich zu seinem geliebten Essen und er ertappte sich dabei, dass er mit offenen Augen von einer reich besetzten Frühstückstafel und allerlei guten und schmackhaften Dingen träumte. So erschrak er denn, als ihm die Prinzessin mit einem wunderlieblichen Lächeln die Harfe reichte und ihn bat, nun seinerseits ein Liedchen zum Besten zu geben, so wie es in seiner Heimat gesungen werde und wie es ihm geläufig sein müsse. Ja, da stand Prinz Fresse selber mit der silbernen Harfe in der Hand und wußte nicht, wie man die Akkorde greifen müsse, geschweige denn, wie man ein Lied singe und sich anmutig dazu begleite. In seinem ganzen Leben war es ihm nicht so ungemütlich zumute gewesen, wie jetzt. Wohl hatte ihm sein Vater die allerbesten Lehrmeister gehalten, aber weil der Prinz von nichts anderem wissen wollte als vom Essen, waren sie unverrichteter Dinge wieder fortgezogen. Jetzt hätte Fresse selber sein halbes Königreich dafür gegeben, hätte er ein Liedchen singen können. Aber er musste gestehen, dass er nichts konnte, nicht singen und nicht spielen. Am liebsten wäre er in den Erdboden versunken. Die Prinzessin reichte die Harfe einer ihrer Gefährtinnen und während diese spielte begann es sie zu tanzen. Das war so lieblich anzusehen wie der Tanz von Elfen auf einer Mondscheinwiese. Nach und nach nahmen auch die anderen Mädchen an dem Tanz teil und die Prinzessin führte den Reigen an. Den ungeschlachteten Prinzen zum Tanzer aufzufordern, mochte der Prinzessin doch zu gewagt erscheinen. Als der Reigen zu Ende war, sagte Isidusi, nun, edler Prinz, wollen wir in den Speisesaal gehen und seinen kleinen Imbiss zu uns nehmen? Tja, wer war froher als Fressis selber. Endlich etwas, wo ich meinen Mann stellen kann, dachte er, die sollen staunen, wie ich essen werde. Er sah sich nach dem Fasten der letzten Tage vor einer leckeren Mahlzeit und gedachte, ihr alle Ehre anzutun. Aber wie erschrak er. Die Tafel war zwar aufs Zierlichste gedeckt und begrenzt, aber von den Genüssen, die er erwartete, fand er keine Spur. Nur Honig in Fingerhutkelchen, Blütentau, Erdbeerschaum und Rosen eingemachtes. Das war für seinen Magen und Hunger freilich wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Isidusi sagte nun, lieber Prinz, wir haben dir gezeigt, was wir können und üben. Jetzt ist die Reihe an dir, uns Mädchen zu berichten, was du daheim gelernt und betrieben hast, in welcher Kunst du tüchtig bist und womit du dich beschäftigst. Gewiss wirst du uns von Dingen erzählen, die wir nicht kennen und verstehen. Gewiss hast du Eifer und Fleiß auf deine Arbeiten verwendet. Erzähle nun, wir wollen gerne von dir lernen. Jetzt brach dem dicken Prinzen der Angstschweiß aus allen Poren und er verwünschte den Ritt zu der wunderschönen Prinzessin Isidusi. Er musste ihr ja bekennen, dass er gar nichts gelernt hatte, gar nichts konnte, wusste und verstand, ja, dass die ganze Zeit bisher zu nichts anderem verwendet hatte, als zum Essen und zum Schlafen. Durch das Gemach flatterte das helle Gelächter der Mädchen, denen es unglaublich vorkam, dass ein Prinz nichts gelernt habe, als zu essen. Aber das Lachen verstummte bald, denn Prinzessin Isidusi lachte nicht. Sie sah den Prinzen lange traurig an und sprach, du armer, armer Mensch, da hast du ja keine Ahnung, was das Leben schön und wertvoll macht. Damit wandte sie sich ab und verließ das Zimmer. Prinz Fresse selber stand einen Augenblick wie vom Donner gerührt auf seinem Platze. Dann drehte er sich auf seinem Absatz um und ging langsam die Treppe hinunter, zum Schlosse hinaus, an den Schwertlilien vorbei und zu seinem Schimmel, der auf der Wiese graste. Den bestieg er und ritt davon. Hinter ihm lärmten die Spatzen, Ei, seht Herrn Fress es selber an, das ist für wahr ein wacker Mann. Im Essen tut ihm keiner gleich, in seinem ganzen Königreich. Allein was anderes kann er nicht, drum macht er jetzt ein trüb Gesicht und reitet heim auf seinem Gaul, groß, dick, gefrässig, dumm und faul. Der Prinz atmete auf, als das Walddunkel endlich ihn schützend aufnahm. Aber selbst hier schien es ihm, als verfolge ihn das helle Gelächter der Mädchen. Das Geschrei der Spatzen gälte ihm in den Ohren und selbst die Fichten schienen mit ihren langen Bärten vor heimlichem Lachen zu wackeln. Das Bächlein aber ließ seine Wellen kollern und schwatzte »Frisse Selva heißt er, im Essen ist der Meister«. So ritt der Prinz trübselig durch den Wald und achtete selbst seines Hungers nicht. Das Rost trabte munter seines Weges, es witterte den Stall. Auch wollte es ihm scheinen, als würde sein Reiter von Tag zu Tag leichter. Endlich langten beide wohlbehalten vor dem Königsschlosser an, von dessen Zinnen der König schon Ausschau hielt. »Nun, was ist's mit Prinzessin Issi-Dusi?« rief er von Weitem dem Prinzen entgegen. Der aber kam langsam und gänzlich verändert zu ihm und sagte, »Seit sieben Tagen schäme ich mich, dass ich ein so unnützer Mensch gewesen bin. Wenn du es noch einmal mit mir versuchen willst, lieber Vater, so werde ich mein Leben ändern. Von heute an will ich lernen und arbeiten, damit man im Blumenschloss eine bessere Meinung von mir bekommt. Wohl jammerte die Königin, als sie den Prinzen sah. »Du armes Kind, gewiss haben sie dir nichts zu essen gegeben, drum siehst du so blass und mager aus. Aber der Prinz achtete nicht darauf, lief auch nicht in die Küche, wie es sonst seine Gewohnheit gewesen war, sondern begann zu arbeiten und zu lernen, dass es eine Freude war. Wenn es ihn wieder einmal zu Müßiggang und Unmäßigkeit hinzog, bauchte er nur an die traurigen Augen, Isidusis, und an ihre Abschiedsworte zu denken. Dann biss er die Zähne zusammen, gab sich einen Ruck und murmelte »Und ich werde dich doch noch zur Frau gewinnen.« Als das Jahr um war, erkannte niemand in dem schlanken, munteren Prinzen den früheren Fehlfraß. Seine Lehrer rühmten seinen Fleiß und seine Begabung und in seinen freien Stunden schlug er Ball und Reifen und sogar die Hafe spielte er und manche anderen Instrumente dazu. Eines Tages sattelte er seinen Schimmel und ritt ohne ein Wort zu sagen durch den tiefen finsteren Wald zum Blumenschlosse der Prinzessin. Diesmal musste er seine Prüfung besser bestanden haben, denn er brachte die liebliche Isidusi auf seinem Pferde mit in sein Schloss und feierte mit ihr Hochzeit. Noch lange Jahre lebten König Fresse Selva und Königin Isidusi in Frieden und Freude. Ein Vielfraß ist Fresse Selva in seinem Leben nicht wieder geworden. Das war das Märchen von Prinz Fresse Selva und Prinzessin Isidusi. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen hier oder auf meinem anderen Kanal lies Einschlaf geschichten wieder. Aber jetzt schlaf gut.